Herzlich Willkommen zurück bei ARK. Es war eine längere Pause. Gestern kam auch gar kein Let's Play. Jetzt sind wir wieder hier. Wir haben die Hitzewelle überlebt. Es war ja sehr warm. Jetzt ist wieder angenommen frisch und wir haben hier immer noch... Ja, das ist immer noch unsere... Naja, letztes Mal ist mir angerichtet worden, dass ich das als Base bezeichnet habe. Nennen wir es mal Bodenplatte. Ja, da wollen wir auf jeden Fall noch mehr daraus machen. Haben wir dann noch... Giratin, also... Jetzt natürlich zuerst mal professionell schauen, dass wir genug gesessen haben. Und schon haben wir nichts mehr gesessen, ist genial. Aber jetzt gehen wir mal da rauf. Wir müssen so Dinos jagen, weil... Ich will ja Level-Ups bekommen. Also, wir werden mal schauen, was passiert, wenn wir in das Große, Große, Große... Wie solliert. Oh, ich plante damals nämlich jetzt gerade. Was kann ich denn so machen? Kann ich denn was machen? Kann ich denn was machen? Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Na ja. Na ja. Okay, dann halt nicht. Gar nicht. Was ist denn da oben fliegt da noch irgendetwas? Schade, dass wir nicht hinzuomen können, aber es sieht es nicht. Ja. Kommt das abwärts oder sieht es noch so aus? Nein. Ich glaube, es kommt abwärts. Okay. Dinos. Dinos. Ja. Ja. Der Tint ist ja, aber die sind ja nicht. Es kommt definitiv abwärts. Okay. Ich bin jetzt aber mal gespannt, was da rauskommt. Es landet im Baum. Was ist das? Ist das ein UFO? Kann ich mit dem interagieren oder? Kann ich sagen, dass ich da dritte stehe? Supply Crate, hä? Inventar. Uh. Ah, ah, ah. Ja, das ist... Okay. Okay. Ja, das finde ich natürlich auch okay. Wasser hier, Wasser. Oh, gut. Nein, das nehmen wir nicht mit. Doch, nehmen wir mit natürlich. Okay. Bieris kann man auch immer brauchen. Wir nehmen einfach alles. Wow, ganz viel Fleisch. Sehr gut. Und... Okay. Ich bin... Überrascht. Können wir etwas abwerfen? Zum Beispiel das dämliche Lager. Dafür braucht man ja nicht unbedingt 2. 3. Ist das nicht auf? Oh, komm jetzt. Komm weg. Wie werde ich jetzt das los? So wird man das Lager für los. Ähm, das müsste jetzt nicht mehr da sein, hm? Okay. Also, jetzt haben wir ja Fleisch bekommen. Auch wenn wir es nicht erwartet hätten. Aber wir haben Fleisch bekommen. Das ist noch so eine Wildsau. Also, ja. Wir haben Fleisch bekommen. Also, können wir das gleich gebrödeln. Spär können wir wegmachen. Das verbraucht, glaube ich, zusätzliche Energie. Und die tolle Wasserflasche können wir auch füllen. Und den Schlafsack können wir auch schon verwenden. Also, das ist ein bisschen super. Ähm, I can fire her. Ähm, jetzt ist Inventory. Naja, was wir mit Rolle machen, weiß ich noch nicht so genau. Mach' ich das dazu. Okay. Das haben wir noch nicht so ganz kapiert. Wie kann ich das einzelne übere machen? So. Und das Fleisch haben wir auch schon noch drin. Und... So. Brädeln wir mal. Können wir kräften? Was können wir machen? Gut. Der Schluss. Alte. Ist jetzt auch ein Schleudertrauma, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, die Eingang kommt dann hier hin. Das heisst, unser Schlafsack könnten wir dort in die Ecke machen. Schlafsack. So. Ähm. Okay, cool. Wir könnten also theoretisch sogar schnell reisen zwischen diesen Dingen. So viel brauchen wir ja gar nicht mehr so viel XPs. Kann man da gleich schauen, was man da auch schlafsacken freischalten kann. Irgendetwas Starchbox wäre cool. Na ja, gut. Stellt sich nicht froh, wenn man da ist. Ich kann doch klären, was praktisch ist. Na ja. Zuerst mal Fleisch essen. Da will man ja immer Hunger. Unstellbarer Hunger. Ja, das ist noch nicht genug. Es war nur ein Steak. Ähm. Na ja. Ja. Ich würde immer noch aus dem Magen krummeln. Ja. Ähm. Jetzt heisst es was. Alter, das ist jetzt doch schon ein bisschen, bisschen. Ah ja. Schaut nicht in die Zone nach hinten. Ist gefährlich. Ähm. Kann ich da meinen? Ich will ja meinen. Ich will ja meine Wasserbeutel. Hallo? Reicht die Zufälle? Ich mach das auch unter Wasser, wenn es hier muss. Nicht. Check ihn nicht. Hä? Ja. Keine Ahnung. Na ja. Also wenn nicht. Wenn gar nicht alle gehen. Dann können. Wir sehen immer noch genial aus. Wir können auch ein paar Duane legen, wenn es hier nichts bringt. Gut. Der Volli nehmen wir jetzt mit. Schon. Ist ja eigentlich verpackt. Oh. Das wollte ich nicht. Access Inventory. Sehr gut. Fleisch. Fleisch. Nein. Nein. Nicht 44. Das ist immer noch zu viel. So ist okay. Und dann gehen wir auf die Dinosaurierjagd. Ausgelöst. Im Übrigen schalte ich da eigentlich die Ansicht um. Kurz schauen. Zoom-Camera. Ja. Selfie. Ah. Wollen wir schnell. Selfie-Cam. Toteal. Äh. Das kommt mir nicht raus. Ja. 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 Ich hatte es. Nichts. Nein. Nein, das ist es nicht. Ah. Oh. Einfach Mausrat scrollen, das wäre es gewesen. Also jetzt aber. Ich hoffe das Fleisch ist schlauern. Mausrat scrollen rausnehmen. So. Jetzt haben wir noch eine Kohle. Was? Warte, das ist ja auch meins. Die lösen sich auf. Oh, du nimmst sie lieber mit. Bei mir im Metaar ja nicht auch, oder? Nein. Okay. Okay. Ich würde gerne dort. Wenn wir schon so viele Beris haben, dann nehmen wir die aus dem Inventar, dass wir die uns gelegentlich mal reinhauen können. Ah. Scheiss Teil. Okay. Das eine lassen wir jetzt dort verraten. Okay. Gehen wir auf Dinosaurierjagd. Kann ich das schon? Und schon. Nein. Speichern kann ich ja nicht, oder? Nein. Ja gut, ich glaube du bist jetzt doch noch ein bisschen zu gross. Ja, du auch. Ja. Du siehst mir einfach zu Kraft voll aus. Ja, Level 8 sei schon. Nein. Aber der dort. Ein Dilo oder ein Raptor. Ich bin mir nicht sicher. Ganz schliesslich. Vorsichtig. Pssst. Pssst. Haha. Keine Chance hätte er gehabt. Ja. Und seine Augen allerdings auch nicht. Seine Kollegen haben noch ein bisschen Abstand. Und seine Axt ist glaube ich halt so, oder ist das richtig? Fertig. Ja. Ja. Ach, haben schon zwei die bereit gemacht. Ist aber okay. Aber theoretisch machen wir dann zuerst die andere fertig. So. Der hat ein bisschen gefährlichere Farbe. So wie sie es gesehen. Orangiergte, ein bisschen bedrohlicher. Ich will jetzt eigentlich, dass er zu weit die richtige Lage schildert. Ich bin Freunde. Und gegen zwei habe ich das Gefühl, wird es eher knapp. Das reicht. Der andere hat uns auch schon gesehen. Aaaaah. Ah, der neben. So. Ja, wer ist der Held? Ähm. Naja, wir sind fast gestorben. Oh. Das wäre unsere Axt gewesen. Ich will da eigentlich gar nicht so lange verweilen jetzt machen. Ich pressiere jetzt mal. Wir meinen ja nicht, dass das Zeug noch schlecht wird. Das Level Up haben wir gleich weggekriegt. So wie es dort hätte. Aber sicher bei mir nicht. Nehmen wir mal ein bisschen Abstand. Kann ich das jetzt reparieren? Was soll man machen? Ich wäre immer noch. In der Öffentlichkeit unglaublich. Wir machen nochmal Hilfe. 13 Punkte. Okay, jetzt vorsichtig. Das wird nicht etwa wichtig. Das wird nicht etwa wichtig, aber ich weiss nicht. Sleeping back haben wir schon. Ansonsten würde ich sagen, wir machen dann sicher mal einen Sattel. Wir machen dann zuerst mal das. Ein Dach wäre sicher toll, eine Tür ist auch praktisch. Und dann sparen wir. Dann gehen wir wieder nach Hause und gehen gleich mal das Fleisch kochen. Nachher habe ich keine Lust auf nochmal einen Kampf. Ich habe Angst, dass wir hier helfmässig... Ich hoffe wir können noch mal durch. Ich habe auch gelernt, wir laufen ein bisschen entspannter durch die Welt, dass wir nicht ganz so... Nix Hostage. Unsere Astrang jetzt klappen wir zusammen. Oh genau, halt Stopp, Storage Box könnte man machen zwar. Ja, das machen wir auch. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Dafür haben wir jetzt eine Storage Box. Dann können wir uns das Inventar mal ausleeren. Wir sehen das Inventar. Sorry. Ja, das brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Die Kohle werfen wir jetzt einfach mal weg, ganz verschwenderisch. Und das hauen wir drauf. Und... Und... Und dann schaue ich mal, was brauchen wir, um so eine Schachtel zu machen. Fetch und Fiber. Gut. Dann graben wir uns mal. La, 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 Fiber. La, la, Fiber. La, Fiber. Von dem her würde ich mir gar nicht vorstellen, wie unangenehm das muss sein, wenn man in so einem Haus mit so einem Boden rumlässt. Ich meine, das muss ja auch mal mega bissen. Aber ja. Fiber. Nein, lassen wir noch liegen. Dann nehme ich so mehr Fiber. Ah, so bekomme ich Fetch. Sehr gut. Fetch. Wenn man mit der Spitzhacke auf Bäume schlägt, kommt nämlich ganz etwas anderes dabei aus, als wenn man mit der Axt auf Bäume schlägt. Auch logisch. Oh. Wack. Und man benutzt natürlich die linke Hand auch nicht. Man kann nur mit der rechten Hand hier das Zeug krabbeln. Sehr gut. Tinto Berry. Was, meinst du wieder Hunger? Sorry, habe ich nicht gesehen. Steak. Oh. Steak. 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 Wir können nichts anderes essen. Nur Fleisch. Fleisch. Okay. No mistake. Steak. 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 Oh. Steak. Ähm. Jetzt rennen wir uns das. Aber wir können uns alles kräftet. Jetzt machen wir uns das. Erstmal die Struck kräftet. Dr. Aktivität zu. Lala. Lala. Und dann kommt und sein Gott. Ja auch meine Gott. Lass mir nur bedürfen. Und dann wer mir muss ich nachschauen werde- fetsch sammler klar also ist man schon inventar und ich groß die stellen wir uns das bett was für eine pin, wie wäre es mit 1,2,3,4 was, wir haben jetzt sogar schon einen Sattel und ich hätte es nicht gesehen ok wieso nicht was ich möchte jetzt etwas über machen das wäre doch hier auch alles noch ah ok das Zeug, die ich bräuchte, müsste ich vielleicht nicht drüber machen aber es ist so Zeug, die ich eh nicht genau weiss, was das ist kann brauchen dann machen wir auch mal ja gut, machen wir die Hälfte mal weg das machen wir auch weg und das auch rohle weiss ich auch nicht für was so, flin, Trammer ok